Ich habe mir heute mal einen Tag freigenommen und bin in den Schwarzwald gefahren zum Wandern. Der Schwarzwald ist ja ein sehr schönes, bekanntes Wandergebiet mit einem sehr gut ausgebauten Wanderwegenetz. Für mich heißt Wandern auch immer barfuß laufen. Ich wandere gern barfuß, einfach um die Natur zu genießen, die verschiedenen Untergründe, das Gras, das Moos, Waldboden, manchmal auch feuchte Gebiete, Moor, manchmal auch Gestein, felsiges Gestein, glattes felsiges Gestein. Es eignet sich auch ganz schön zum barfuß Laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020